Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und heute geht es um Entscheidungen. Also wenn du entscheidungsschwach bist, zweifelst, nicht weißt, ob ja oder nein, dann bleib dran. Zu mir kommen irrsinnig viele Leute, die entscheidungsschwach sind. Das heißt, die wissen oft nicht, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen, soll ich diesen Job annehmen, soll ich einen anderen Job annehmen, soll ich mich trennen oder soll ich mit meinem Partner zusammenbleiben, ist es überhaupt der Richtige oder ist es der Falsche. Also es sind irrsinnig viele verzweifelte Menschen unter Anführungszeichen. Verzweifelt deshalb, weil es zwei Wege gibt, weil es mehrere Möglichkeiten gibt und weil offensichtlich das Leben immer wieder fordert, dass wir uns entscheiden. Und wenn du dazugehörst, dass du eher entscheidungsschwach bist oder eher Entscheidungen auf die lange Bank schiebst oder wartest, bis sich etwas von außen fügt, dann habe ich vielleicht ein paar ganz interessante Tipps für dich, wie du da in Zukunft besser damit umgehen kannst. Denn grundlegend gibt es nur ein paar Punkte, die wir verstehen sollten und wenn du die verstanden hast, dann wird es dir viel, viel leichter sein und leichter fallen, dein Leben zu gestalten. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Ich muss hier etwas ausholen und in die Mystik einsteigen. Keine Angst, das wird nicht langweilig werden. Es ist sogar mehr als spannend. In der Mysterientradition geht man davon aus, dass es eine Einheit gibt, einen Punkt, wo du eins bist. Und diese Einheit ist etwas, das in dir ist. Das ist also wichtig zu sagen, es ist etwas in mir. Das ist also nichts, was ich im Außen finden kann, in der Welt finden kann, dieses Eins-Sein, sondern die Einheit habe ich in mir. Diesen Punkt, wo es keine Entscheidungen gibt, wo es keine zwei Punkte gibt, wo es nur einen einzigen Punkt gibt. Diesen Ruhepunkt, diesen Ruhepol, diesen Stillstand des Pendels. Das ist ein Punkt, den ich in mir selber trage, wie jeder andere auch. Und jeder, der meditiert, sucht bewusster oder unbewusster nach diesem einen Punkt der Zufriedenheit, nach Hause kommen, diesem Gefühl des Eins-Seins, des Nicht-Getrennt-Seins, des All-Eins-Seins. Und von diesem Punkt ausgehend, von diesem Zentrum ausgehend, von diesem Mittelpunkt, also man bringt die Klienten in die Mitte, in den Mittelpunkt bringen, das siehst du schon, bei meiner Arbeit geht es sehr stark darum, dass ich die Klienten möglichst weit zu diesem Punkt hinbringe, also in die eigene Mitte, in diesen Nullpunkt, wo sie nur mit sich selber sind. Da lösen sich dann eben auch die Beschwerden, die Blockaden, egal auf welcher Ebene. Da habe ich die Erfahrung gemacht, da geht das dann einfach raus. Und das ist natürlich dann sehr, sehr gut. Und das ist dann das, was dann auch oft als unter Anführungszeichen Wunderheilung dann wahrgenommen wird. Also auf einmal sind irgendwelche Schmerzen oder Verspannungen weg. Auf einmal lösen sich irgendwelche Beziehungsprobleme, wenn man auf diesem Punkt ist, diesen Einheitspunkt. Und dieser Punkt ist in dir. Und je weiter du von diesem Punkt wegkommst, umso mehr musst du dich entscheiden, denn aus der Eins kommt eine Zwei. Und vielleicht hast du schon mal gehört, wir leben in der Dualität. Das heißt, wir haben Licht und Schatten, wir haben Land und Wasser, wir haben Erde und Luft. Das heißt, wir haben immer Gegenpole und diese Welt ist aus dieser Zweiheit entstanden. Das heißt, ich kann mich nur als mich selbst definieren über das Du. Da bist Du, da bin ich und wir sind getrennt. Aber auf einer Ebene sind wir auch zusammen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber auf der äußeren Ebene sind wir eigentlich getrennt voneinander. Und nur im Inneren beginnt eben dieses Gefühl der Einheit. Gut. Und durch diese Dualität sind wir gezwungen, uns zu entscheiden. Das heißt, ja, nein, was mache ich jetzt? Das heißt, wir sind in einem permanenten Entscheidungsvorgang. Wir werden gezwungen, uns zu entscheiden. Und das ist das, was uns so schwerfällt. Denn unser Unterbewusstes merkt, es gibt keine hundertprozentige Entscheidung. Keine Entscheidung, die immer für alle Parteien am besten ist, wo alles immer gut abgedeckt ist. Egal, wie wichtig und richtig eine Entscheidung auch scheint, es gibt immer einen Schatten. Es gibt immer einen zweiten Teil, der in dieser Entscheidung nicht mit einbezogen wird. Um Dir ein konkretes Beispiel zu nennen. Du schaust Dir jetzt dieses Video an. Vielleicht bist Du Mutter, bist Du Tochter, bist Du Vater, bist Du Bruder, bist Du Arbeitskollegin. Aber Du bist jetzt hier, schaust Dir dieses Video an, verbringst Deine Zeit hoffentlich nach Deinem Ermessen sinnvoll. Aber Du bist jetzt nicht bei Deiner Mutter, bei Deinem Partner. Das heißt, Du machst nichts für Deine Beziehung, für Deine Kinder. Sondern Du bist jetzt für Dich und hast Dich entschieden, dieses Video zu schauen. Das bedeutet, alles andere fällt jetzt mal weg. Und das ist das Spannende. Und das ist auch so ein bisschen dieses Prinzip des Schattens. Da werde ich mal noch ein eigenes Video drüber machen. Aber das ist das Prinzip des Schattens. Wenn Du etwas zu lange wegschiebst und dem zu wenig Beobachtung gibst, dann bildet sich ein Schatten und der Leidensdruck wird unterm Strich dann immer größer und größer und größer werden. Also, das bedeutet, ich kann keine Entscheidung treffen, die hundertprozentig alles abdeckt, die hundertprozentig richtig für alle Beteiligten ist. Weil es immer zwei Pole gibt, mindestens zwei Pole. Und wenn Du das einmal verinnerlicht hast in Bezug auf die äußere Welt und in Bezug auf Dein Leben und das Gesetz des Lebens, dann fällt es Dir vielleicht auch leichter, mal Entscheidungen zu treffen. Denn es gibt nie die eine ultimative Entscheidung, wo alles immer passt. Und sehr vorsichtige Menschen, Menschen, die eine Disposition auf dem Wurzelschakram, weniger im Vertrauen sind, stark nachdenken, die spüren natürlich das automatisch und haben dann oft Angst vor einer Entscheidung. Aber wir werden ja gezwungen, uns zu entscheiden. Denn entweder Du entscheidest und sonst entscheidet spätestens das Außen irgendwann einmal für Dich, ein Partner, oder das Leben entscheidet für Dich. Also irgendwo wird eine Entscheidung immer getroffen und eine Entscheidung ist fällig. Du schuldest dem Leben permanent Entscheidungen. Und das ist auch ein Mitteil des Stils. Ich habe mich halt darauf geeinigt, dass ich sage, ich treffe meine Entscheidungen für mich, soweit ich es natürlich bewusst am Schirm habe, und lasse das Leben nicht für mich entscheiden. Das wäre also zum Beispiel so ein Punkt, dass ich sage, okay, ich warte jetzt nicht, ob mich jemand liebt oder nicht liebt, sondern ich schaue einfach mal, dass ich klar bin, so schaut die Sache für mich aus. Wie ist es für Dich? Und dann treffe ich aber die Entscheidungen. Das heißt, ich warte nicht ewig. Ich lasse mich auch nicht auf die lange Bank schieben, zum Beispiel. Und das mache ich in Geschäftsbeziehungen, in privaten Beziehungen, in Freundschaften auch so. Also ich schaue, dass ich entscheiden kann und dass ich eben diese Möglichkeit habe, permanent zu entscheiden. Aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass jede Entscheidung natürlich einen gewissen Schatten, eine gewisse Konsequenz mit sich zieht, mit der ich leben muss. Und auch dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern ich übernehme die Verantwortung für meine Entscheidungen. Dadurch ist es für mich zumindest so, und auch energetisch sehe ich es auch so, dass sich eigentlich mein Leben entspannt, weil ich eben voll in der Verantwortung bin, voll meine Entscheidungen leben kann und nichts auf die lange Bank schieben muss. Und deshalb habe ich auch keine Angst mehr, mich zu entscheiden. Also mein Tipp wäre, wenn du entscheidungsschwach bist, mach dir bewusst, du trägst sowieso die Verantwortung. Nicht die Schuld, aber du bist verantwortlich für dein Leben. Nicht dein Umfeld, nicht das Wetter. Übernehme die Verantwortung und dann trag die Konsequenzen. Egal, ob du Ja sagst, ob du Nein sagst. Egal, wie du dich entscheidest. Auch wenn du dich entscheidest, dich nicht zu entscheiden, du trägst dafür die Verantwortung. Und das erleichtert sehr vieles. Das musst du ja auch keine Angst machen, weil es da nicht um richtig oder falsch geht, um Schuld oder Sühne, sondern es ist einfach mal, ich trage die Verantwortung und ich werde mit den Konsequenzen leben. Und um das sollte es gehen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, oder vielleicht einen Tipp, wie du dich am besten entscheidest, vielleicht legst du dir Karten, würfelst, drehst eine Flasche, keine Ahnung, oder beziehst vielleicht sogar astrologische Aspekte mit ein, dann schreib das einfach mal in die Kommentare. Wenn du irgendein Thema hast, das ich mal aufbereiten soll, dann freue ich mich natürlich darauf, dass du es mir auch unten schreibst und ich werde natürlich gerne ein Video darüber machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder abonniere bitte diesen Kanal, da würdest du mir wirklich weiterhelfen. und wir hören uns nächste Woche. Dein Oliver Erini, mediale Energetik, die wirklich wirkt. Tschüss.